Was geht ab Leute? Ihr habt wahrscheinlich schon richtig Angst und weint wahrscheinlich schon und habt euch wahrscheinlich schon von eurer Schule verabschiedet und habt gekündigt und was weiß ich, weil keine Let's Plays Online kommen. Ja, es tut mir leid, ich habe auch schon angefangen zu weinen. Ich sitze auch gerade hier in der Ecke vor meinem Zimmer mit meinem Kuscheltier auf dem Schoß, im Mund, überall, weil ich auch so traurig und enttäuscht bin. Aber ich habe nächste Woche mal wieder Urlaub und da gibt es jetzt ganz, ganz, ganz viel Herderinger Online. Ich fange auch, das haben wir ja gerade Mittwoch, ne? Mittwoch haben wir dann Fragen gehe ich. Wann fange ich an? Am Freitag fange ich am Aufnehmen an. Dann gibt es auch am Wochenende Herderinger Online-Folgen. Normalerweise kommt ihr nur unter der Woche, aber diesmal auch am Wochenende. Haha. Und jo, und dann geht es am nächsten Woche ganz mal weiter mit Herderinger Online. Und ihr könnt es wieder anschauen und mich nicht mehr nerven. Nee, was schon. Sag mir nur ruhig, was ich immer machen soll. Falls du das scheiße machen, sagst du mir ruhig und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in der Welt. von Mittelerde. Ich bin dann soweit raus. Wünschen euch noch einen restlichen schönen Abend. Tschüssi. Das war falsch. Ich sage immer 40. Ciao und Servus. Sonst habt ihr hier irgendwelche falschen Sachen. Ciao, ciao, ciao.